Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr Freunde des gepflegten Klemmbau-Steinbaus. Ihr seht es schon an dieser Tüte hier, heute wird es mal wieder ein Mock. Und zwar haben wir von Rebrickable das Mock 75491, der Red Bull RB15 aus der Formel 1 Saison 2019. Das Ganze wird bereitgestellt von Kutor 78 NL und das absolut coolste, die Anleitung ist gratis, wir müssen wirklich nur die Steine bestellen. Der Red Bull, damals noch Partner von Honda, meines Erachtens ein sehr, sehr cooles Formel 1 Fahrzeug gewesen. Und deshalb freue ich mich auch sehr das Ganze hier als Mock aus Klemmbau-Stein zu bauen. Für Red Bull war 2019 natürlich nicht die einfachste Zeit, aber das war die Saison, in der sich immer mehr abgezeichnet hat, dass Max Verstappen das Zeug dazu hat, ernsthaft um einen Weltmeistertitel mitzukämpfen. Und das hat sich für Red Bull ja auch später ausgezahlt. Und nun schon zweimal bewahrheitet. Ich würde auf jeden Fall sagen, wir schauen uns das Mock mal am PC auf Rebrickable gemeinsam an. Dann schauen wir uns zusammen die Anleitung an. Es gibt hier auch einen optionellen Stickerbogen mit dazu. Ich habe ihn nicht bestellt. Warum, zeige ich euch dann auch gleich am PC. Und dementsprechend würde ich sagen, sehen wir uns gleich in meinem PC. Und damit mal wieder Hallo und Herzlich Willkommen in meinem PC. Hier zu dem Red Bull RB15 F1 2019 von Cuter78NL. Wir haben hier ein paar Bilder. Er hat auch ein paar Spezialteile wie diese Carbon-Teile und das Chrom-Teil. Aber diese sind nicht von Lego, sondern von einer anderen Seite. Wir nehmen dazu dieses Mal ganz normale Steine in der passenden Farbe. Der Liebe schreibt hier auch in den Details, warum er überhaupt so ein Fahrzeug gebaut hat. Weil er ein niederländischer F1 Fan ist. Dementsprechend macht das natürlich sehr viel Sinn, dass er einen Red Bull im Speed Champions Maßstab bauen wollte. Wir haben 205 Teile, wie es hier auch beschrieben wird. Und wir haben auch Maße hier. Und zwar ist das ganze Fahrzeug 20 cm lang, 8 cm breit und 4,7 cm hoch. Wir haben auch einen extra Stickerbogen dazu, den man hier sieht. Wir werden das Ganze ohne die Sticker bauen, weil der Stickerbogen alleine schon 10 Euro kostet. Die Teile kosten laut der Rebrickable Standard Part List 128 Euro. Das ist natürlich nicht allzu sinnvoll für ein Speed Champions Fahrzeug. Ich habe ungefähr 15 Euro auf der Seite Rebrick bestellt, wo ich ja meistens die Steine für meine Mocks bestelle. Die Anleitung ist kostenfrei, das ist sehr schön und wir haben die Mock Nummer 75491. Dann machen wir zusammen gerne nochmal die Anleitung mit auf. Das ist dasselbe Anfangsbild wie schon auf Rebrickable. Wir haben hier auch nochmal eine Teileliste. Ihr könnt euch das Video gerne an den passenden Stellen kurz mal anhalten, wenn euch das Ganze interessieren sollte. Die Anleitung ist relativ kleinschrittig für eine Mock-Anleitung. Das gefällt mir sehr gut und hier in der Anleitung werden auch die Standardteile gezeigt und nicht die Chrom- oder Carbon-Varianten. Ich finde die Abbildungen sehen hochwertig aus und ich bin gespannt, wie es sich danach bauen lässt. Insgesamt haben wir 33 Bauschritte in dem ganzen Fahrzeug. Und hier haben wir auch nochmal ein paar Detailbilder mit dem Stickerbogen und den Spezialenteilen. Ihr könnt das Ganze ja mal auf euch wirken lassen. Bei mir seht ihr es ja dann ohne. Und umso unterzeugender wäre es für mich, wenn das Fahrzeug eben auch ohne den Stickerbogen gut aussieht. Ich sage auf jeden Fall jetzt schon mal an der Stelle vielen Dank an den lieben Mock-Ersteller, dass er das hier gratis zur Verfügung stellt. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es sich nach der Anleitung bauen lässt. Und dementsprechend fange ich jetzt an zu bauen. Und wir sehen uns dann mit dem fertigen Formel 1 Fahrzeug wieder. Und fertig ist der Red Bull RB15 als Rebrickable Mock. Designed vom lieben Couter 78 NL. Und als ich das damals auf Rebrickable gesehen hatte, da war ich richtig, richtig gespannt auf dieses Set. Weil ein Formel 1 Wagen als Speed Champion, es hat sich einfach so gut angehört. Leider sind aber jetzt hier einige Probleme aufgetreten, weshalb ich schon mal von Anfang an sagen muss. Dieses Set als Deko ist okay. Dieses Set als Spielset zu sehen, geht leider schief. Designmäßig gefällt mir der Frontflügel sehr gut. Es ist ein einfaches Design, aber ich finde, die damalige Form kommt ganz gut rüber. Und vor allen Dingen, das Ganze ist stabil. Sehr schön finde ich auch den Übergang zwischen Unterboden und Monocoque und eben den ganzen hinteren Strukturen. Und das Monocoque ist natürlich sehr schlicht gehalten, aber gefällt mir ebenfalls. Sehr cool finde ich, dass wir hier mit Hebeln als Deko so wirklich die Achsstreben gebaut haben. Einmal auf der Vorderachse und dasselbe auch nochmal auf der Hinterachse. Sowas ist für mich einfach Liebe zum Detail. Genauso wie die Auspuffanlage, der Heckdiffusor und natürlich der Heck-Spoiler. Also damit kann man sagen, aussehensmäßig ist das wirklich, wirklich cool. Das Einzige, was mich vom Aussehen stört, ist, dass wir solche Profilreifen haben und eben keine Slicks. Falls ihr euch wundert, der Mockdesigner hätte eigentlich andere Felgen verwendet als diese weißen. Und ich bin ganz ehrlich, das war mein Fehler. Ich habe da die falschen bestellt, habe deshalb jetzt weiße aus meinem eigenen Bestand genommen. Aber ich denke, das macht das Ganze jetzt nicht unglaublich kaputt. Positiv finde ich auch, dass der Farbverlauf von so einem Red Bull auch ohne Sticker gut getroffen ist. Wenn man jetzt noch ein übertrieben großer Red Bull Fan ist, kann man sich natürlich die Sticker auch als Lirory kaufen. Das muss jeder für sich selber wissen, ob es einem das wert ist. Der größte Kritikpunkt, den ich an dem Set habe, ist, dass für mich ein Speed Champion immer ein Set ist, das man auch zumindest zum Spielen nehmen könnte und was auch gut rollt. Bei dem ist das leider anders. Also ich höre schon, das hört sich nicht gesund an und der rollt halt kein Stück. Also schwergängig ist da schon gar kein Begriff mehr dafür und das ist natürlich sehr schade. Bei der Vorderachse ist es noch ganz okay, aber bei der Hinterachse schleift das Rad am Heckflügel ganz leicht und deshalb rollt das Ganze so schlecht. Und auch noch dafür verantwortlich ist, wir haben hier eine ganz andere Achskonstruktion als bei einem normalen Speed Champion, das ist aber ganz, ganz wichtig für die Optik gewesen. Also das Ganze hier punktet wirklich mit seiner Optik und hat so gesehen überhaupt keinen Spielwert. Ich finde das Mock trotzdem super cool. Natürlich wäre es schön, wenn die Räder sich frei drehen. Slicks müsste man sich halt irgendwie noch dazukaufen von einem Fremdhersteller und dann kann man damit vom Aussehen richtig Spaß haben. Ein großer Vorteil von dem Set ist einfach, dass es so günstig ist und das im Endeffekt für ein Formel 1 Fahrzeug in Speed Champions Größe. Das ist auf jeden Fall ein guter Deal. Aber ohne Sticker gibt es auf jeden Fall von mir eine Kaufempfehlung, wenn euch das Ganze so gefällt, wie es hier steht. Und dann könnt ihr gerne auch beim lieben Cooder vorbeischauen, bei ihm mal reinfollowen, dem Mock vielleicht ein Like geben und euch auch gerne mal die anderen Mocks von ihm anschauen. Er macht nämlich einige Formel 1 Fahrzeuge. Wenn ihr natürlich dieses Set selber besitzt, dann schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Das würde mich wie immer sehr interessieren. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo-Daumen in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Euer Valleybrick. 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 Euer Valleybrick.